Hallo, da bin ich wieder und heute geht es weiter mit der Hydro Hype Reihe. Im letzten Part haben wir die ein oder anderen coolen Influencer, die mal wieder gezeigt haben, wie gut sie Werbung machen können. Na und welchen hast du heute wieder dran bekommen? Na klar, in diesem Part war Leon Machère dran. Wow, krass, aber hat er das per Instagram gemacht oder was hat er da gemacht? Zeig mal. Natürlich, hier ist seine Instagram Story. Krass, den großen Leon Machère, Mensch. Kannst du jetzt mal aufhören, jede Minute lang hier reinzulabern? Das ist mein Video, nicht deins. Wir haben jetzt hier die Creme von Hydro Hype. Äh, Skincare? Äh, ach keine Ahnung, ich kriege ja eh nur 10.000er die Minute. So, wir tragen die jetzt richtig schön auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier natürlich Uran drin ist. Und dass ich das hier alles ernst meine. Leute, in diesem Video habe ich die ganze Hydro Hype, Skincare Sache, ach egal wie sie heißt, habe ich komplett Pops genommen. Heute ist mal wieder so weit. Heute hat mir Luca wieder eure Clips zugesendet. Sascha, jetzt bezahl mich endlich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Hm, Romatra? Können Seerobben eigentlich fliegen? Danke, Trimax. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Bitte lasst dafür ein Like und ein Abo da. Bitte. Na, was ist denn das? Schon wieder ein Video über Tierquälerei auf YouTube? Ich weiß, das kennt ihr von mir noch gar nicht. Aber heute müssen wir das ganze Thema mal wieder ansprechen. Und zwar geht es um den Kanal Ich liebe Katzen. Der ist so hinstellt, als würde er Katzen retten. Dabei quält er sie eigentlich nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Boah, Tierquälerei, das kann ich gar nicht ab, Leute. Boah. Ich glaube, ich ziehe das Ganze mal lieber auf den zweiten Monitor, damit man hier jetzt nichts sieht, damit ich gebannt werden könnte oder so. Boah, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht irgendwie unpolitisch werde oder so. Boah, ey. So, der Netherite Beacon ist fertig. Ähm, machst du jetzt noch was anderes? Ja, wir können jetzt meinetwegen, ähm, Diaz fahren. Guten Morgen aus Köln, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog vom Vlogdown. Heute geht es mal wieder auf die Rennstrecke. Ich bin schon gespannt, Teams Spielkind da mal wieder zu sehen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal hin. Let's go. Freunde, das war's jetzt auch mit diesem kurzen kleinen Video. Lange kamen keine so richtigen Comedy-Videos mehr, deswegen hab ich gedacht, soll es jetzt mal ein Comeback geben. Das Video war etwas kürzer, da ich das Ganze nämlich vorproduziert habe innerhalb von einer Woche, während ich noch ein anderes Video gemacht habe. Also wenn ihr dafür kein Like da lasst, dann weiß ich auch nicht. Jetzt Real Talk, bitte tut es. Also wenn ihr dieses Video gerade seht, gucke ich gerade auf die schönen Berge von Österreich. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und Tschüss!